hallo meine lieben herzlich willkommen zu diesen neumond readings bevor ich jetzt auf diese energien einsteige habe ich ein paar persönliche sachen loszuwerden was heißt persönlich ein paar offizielle sachen für die einen die es noch nicht mitbekommen haben es kannst du ein paar kleine änderungen auf meinem kanal gegeben zum einen biete ich meine zusatzvideos nicht mehr über vimeo an sondern über einen anderen anbieter das ist aber ganz einfach ihr müsst nur e mail adresse angeben könnt weiterhin mit paypal und kreditkarte bezahlen wie bei vimeo auch und dann werdet ihr direkt zu dem video weitergeleitet genau außerdem stehen alle extended videos auf meinem patreon channel zur verfügung wer nicht weiß was patreon ist ihr findet unten in der infobox ebenfalls ein hinweis was was patreon ist es ist so ein kleiner kanal den ich zusätzlich betreibe was ihr da finden könnt und wie ihr da teilnehmen könnt genau dann eine sache zu diesen bootings die ich immer mache an den vollmond und neumond readings ich habe jetzt ich habe mir das schon fast gedacht beim letzten mal wurden die schrei laut warum denn dreimal in folge die wasserzeichen gewonnen haben und dass das ja ein bisschen unfair wäre denn ich habe offensichtlich sehr viel oder mehr wasserzeichen in meiner follower liste als andere zeichen und ich muss euch ganz ehrlich sagen ich finde nicht dass das unfair ist zum einen wie gesagt es ist erst einmal es gab erst drei votings und es gab bereits ein kopf an kopf rennen zwischen wasserzeichen und luftzeichen zum anderen haben alle videos mehr als 3500 klicks und in der regel aber nur 200 likes das heißt jedes video hätte die möglichkeit dazu gewinnen ich sage nichts passiert ohne grund es gab offensichtlich einen grund dass das universum gesagt hat die wasserzeichen brauchen diese videos und ich vertraue darauf dass das auch weiterhin so laufen wird nichtsdestotrotz gibt es heute in diesem bei diesen videos kein voting denn ich habe mich dazu entschlossen dass ich bis zum tag des vollmondes für alle vier elemente dieses zusatz reading machen werde aus dem ganz einfachen grund dass der dezember wirklich eine grundlegende veränderung für jeden von uns mitbringen wird auf der globalen ebene weil wir treten ins wassermann zeitalter ein und ich weiß nicht inwiefern ihr euch astrologische vorkast anschaut die astrologen die sprechen alle eine sprache das ist ein 200 jähriger zyklus wird beendet die welt will sich verändern und zwar im zeichen des wassermann zum besseren es wird es wird wirklich eine eine schönere eine leichtere energie sein und wir dürfen uns darauf einstellen dass sich viele viele dinge in der nahen und fernen zukunft verändern werden genau und da der dezember der startschuss für diesen wandel ist habe ich mich eben dazu entschlossen dass alle vier elemente dieses zusatz reading das ich sonst immer anbiete bekommen nichtsdestotrotz beim nächsten mal machen wir das mit dem voting wie immer und wenn ihr euer element haben wollt dann daumen nach oben dann noch ein allerletzter hinweis vor diesen videos mache ich immer allgemeine energien das heißt die karten die hier liegen die habe ich rausgesucht weil ich euch gerne anhand dieser karten die ich da rausgesucht habe die energien zum vollmond erklären möchte unten in der infobox findet ihr aber einen hinweis wann tatsächlich die legung für die einzelnen elemente losgeht für diejenigen die die allgemeinen energien die uns alle betreffen nicht interessieren beziehungsweise für diejenigen die sich mehrere videos anschauen so 30 november vollmond im zeichen der zwillinge einen tag vorher am 29 november wird der vorletzte planet der noch rückläufig ist direktläufig nämlich neptun neptun der planet der träume des unterbewusstseins der der intuition und neptun in seiner rückläufigkeit hat viele fragen aufgeworfen wo wo hängen wir selbst einer einer illusion hinterher wo wo sehen wir die dinge nicht klar wo stellen wir unsere eigenen impulse in frage das war alles sehr sehr aufwühlend sage ich mal die ganzen wir hatten so viele rückläufer dieses jahr es war eine sehr aufwühlende zeit es war ein sehr aufwühlendes jahr ich meine ihr wisst alle was was dieses jahr alles passiert ist und wenn neptun neptun ist der herrscher der fischer wenn neptun wieder direktläufig wird bekommen wir uns ein bisschen mehr selbstvertrauen in unsere ja in unsere eigene intuition in unsere eigenen impulse wir lernen dieses chaos zu ordnen die hohe priesterin die spricht von der inneren balance von der inneren ausgeglichenheit und genau das das passiert am 29 einen tag vor dem vollmond im zeichen der zwillinge zwillinge ist ein luftzeichen das heißt es steht auf jeden fall für die mentale ebene für das kronenchakra für das dritte auge aber auch eben für klarheit der zwillinge das sternzeichen der zwillinge wird im tarot als die liebenden dargestellt und für mich sind die liebenden nicht nur wie man das klassischerweise meint beziehungsdynamiken sondern das ist in alignment sein also wirklich im einklang sein mit seiner mission mit seinem weg mit dem was das universum für dich vorgesehen hat dann deinen plan folgen wirklich deinen weg einschlagen deine bestimmung finden im beruflichen den menschen finden der für dich bestimmt ist deine soul family zu finden und genau das ich glaube dieses die liebenden stehen für mich auch immer mit mit lernaufgaben in verbindung und ich glaube diese lernaufgaben die wir dieses jahr bekommen haben und es waren mächtig viele die die dürfen nun abgeschlossen werden das universum möchte uns wirklich nun auf spur bringen so nehme ich diese energie wahr die zwei karten die ich hier ausgesucht habe ist zum einen der vollmond im zeichen der zwillinge the answers you need are coming also die antworten die du suchst werden kommen und es ist nicht nur vollmond sondern es ist auch eine mondfinsternis eclipse diesen beginnt und hier steht conclusions are within reach also das heißt die lösungen findest du nein noch mal ich hatte gerade so einen guten satz das zu übersetzen genau lösungen sind in greifbarer nähe das war es soll ihr meinen lieben die lösungen sind in greifbarer nähe und genau so nehme ich das wahr der vollmond steht immer für das ende eines zykluses und diese eclipse season geht zurück auf die ereignisse die im januar passiert sind und auf die ereignisse die ende juni juli passiert sind und es geht hier um lösungen es geht hier wirklich the answers you need are coming also du wirst die klarheit erhalten du wirst die antworten die du brauchst um wirklich weiter zu gehen die wirst du finden die wirst du erhalten und dabei ist uns dieser dieser vollmond hier auf jeden fall sehr behilflich eine klarere sicht zu bekommen vor allem dann mit wasser man muss auch wirklich darum geht das große ganze zu sehen also es geht darum seine sicht auf die welt seine sicht auf seine eigene welt auf die dinge wirklich verändern zu können besser zu verstehen und ja ich sage jetzt mal wahrheit und illusion auch besser unterscheiden zu lernen meine lieben ich möchte noch eine sache loswerden die eine freundin gerade zu mir gesagt hat bei der ich mich so ein bisschen ausgekotzt habe weil die letzten tage für mich wieder super anstrengend waren und ich mich mit so blöden rücksichtslosen menschen auseinandersetzen musste und ich habe ich habe dann einfach zu ihr gesagt dass ich das gefühl habe ich mache gerade irgendwie rückschritte also ich spüre nichts von oder was heißt ich spüre nichts das kann ich gar nicht sagen ich spüre schon was von den energien die da kommen wollen aber ich gehe so einen schritt ganz direkt drauf zu und dann wirft mich irgendwie wieder zurück und aus astrologischer sicht gesehen nehmen wir alle gerade irgendwie anlauf also das gefühl dass wir nicht weiter kommen und dass wir irgendwie in dieser energie gar nicht so richtig drin sind und dass es eben nicht so klar ist für viele oder dass wir irgendwie zurückgeworfen werden in wirklich alte überholte energie wo wir dachten da sind wir auch schon daraus gewachsen dass das warum fühle ich mich plötzlich wieder so diese freundin hat sie mir gesagt es ist anlauf nehmen es ist anlauf nehmen für den großen sprung den wir alle bald machen werden und deshalb fand ich so schön und beruhigend dass ich euch den auch gerne mitgeben möchte für alle die da irgendwie das gefühl haben sie haben immer noch so ein bungee seil am rücken dass sie immer wieder zurückzieht und wo man wirklich so hart dagegen ankämpfen muss dass man hier auf diesem weg bleibt und diesen weg weiter läuft und so es ist anlauf nehmen es wird bald leichter das ist die botschaft die ich euch gerne noch mitgeben möchte gut meine lieben ich lasse das jetzt hier so stehen und gehe direkt weiter in die einzelnen elemente bis gleich hallo liebe wasserzeichen schön dass ihr da seid so ich fange an als erstes möchte ich eine karte aus meinen spellcasting oracle cards für euch ziehen dann eine karte aus meinen psychic terror of the heart und dann schauen wir mal wo die reise hin gut liebes universum ich hätte gerne eine botschaft für meine wasserzeichen eine botschaft für meine wasserzeichen der mut und mein lieben wasserzeichen den den möchte ich euch schon lange eins richten an der unterseiten stext die dreams und ich hab's ja dann im intro von neptun habt mut euren träumen zu folgen habt den mut habt mut eure ich weiß nicht wie ich das anders sagen sagen nach euren träumen zu greifen wirklich die wasserzeichen die bei mir in resonanz gehen und ich hab's ja gerne im intro gesagt das sind deutlich mehr als die anderen zeichen das was wollte ich jetzt sagen jetzt habe ich ja die wasserzeichen die sonst mit meinen readings in resonanz gehen ich weiß dass ihr dass ihr dieses jahr viel über selbstvertrauen gelernt habt und war mein leben die karte schein das ist die sonne shine your light habt den mut euer licht zu zeigen meine lieben habt den mut der mensch zu sein der ihr seid ihr habt so viel gelernt und ihr dürftet es wirklich wirklich nach außen tragen liebes universum ich hätte gerne eine karte für meine wasserzeichen das waren ein bisschen mehr wir haben rebuild das ist der turm der turm die tatsch die gerechtigkeit und was mir sofort auffällt meine leben ist hier hier ist so als würde sie als würde sie auch so einer als wäre sie vorher irgendwie ist eine statue gewesen die genau da steht und die irgendwie mit so kälte und leblosigkeit wie man sich eine statue vorstellt darstellt und jetzt geht sie irgendwie geht sie irgendwie dem frieden entgegen hier ist eine friedenstaube drauf und das ist auch krass mein leben weil ich habe vor kurzem so was verrücktes gesehen mir ist eine friedenstaube erschienen ich möchte einfach nur kurz so erklären und und ich glaube meine lieben wir der turm moment der hier passiert oder war der grund warum der turm hier liegt ist weil ihr weil ihr aus irgendeiner situation ausbrecht aus irgendeinem viel zu engen wie man in so einem starr aus so einer starrheit irgendwie nehme ich das so wahr mit dieser statue die ich davor die ich dazu vor mir sehe und hier haben wir clarity of belief meine lieben das ast der schwerter klarheit gerechtigkeit ehrlichkeit fairness auch so ein bisschen muss ich wirklich sagen wirklich mit dieser clarity of belief mehr vertrauen in euch selbst und weil dieses vertrauen in euch selbst hier liegt traut ihr euch möglicherweise auch mehr zutrauen ich bin wirklich gespannt meine lieben aber das gefällt mir sehr 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 gut also wirklich umbruch energie aber in die in die absolute richtige richtung klarheit meine lieben clarity of belief was es war was es nicht war wer bin ich wie kann ich meine ziele erreichen gerechtigkeit balance im außen in der 3d erlebbaren welt raus aus dingen die zu eng geworden sind wieder in bewegung kommen ich habe das gefühl ihr kommt in bewegung oder oder ja eure seele kommt irgendwie in bewegung vor allem auch weil der turm hier liegt liebes universum warum warum mit der turm hier für meine wasserzeichen wow meine leben wundervoll hier ist die schütze energie wir sind gerade oder die sonne ist gerade das zeichen der schützen gezogen es geht absolut um balance wow wundervoll das das ist ein turm moment den müsst ihr nicht fürchten das ist die das ist die gewünschte veränderung meine lieben die ruhe bringt die stabilität bringt die euch möglich möglicherweise hier die den ersten stein für das neue gibt aber was sicher ist ich hätte gerne noch eine eine karte der turm ist irgendwas passiert was euch wirklich in diese ruhe bringt was euch wirklich in dieses selbstvertrauen bringt was euch etwas neues über euch zeigt oder was ich habe wirklich das gefühl der page der münzen das ist hier dieser erste stein des neuen weges oder der erste schritt der das erste greifbare mit dem ich aufbau oder auf dem ich aufbauen kann was und es ist auch so eine schöne innerliche ruhe clarity of belief meine leben es ist die catch also wirklich dieses die die bindungen lösen die das schlechte lösen sich von schlechtem lösen von seinen eigenen schlechten energien von seinen schlechten gedanken von situationen die mit die man aufgearbeitet hat es ist irgendwie so eine loslösung und es ist eine wunderschöne es ist eine wirklich wunderschöne ruhe die hier liegt warum liegt der mut hier für meine wasserzeiten war meine lieben der turm an der unterseiten stecks okay der turm hat hier was zu sagen den klären wir gleich nochmal ab aber warum liegt hier diese diese mut warum liegt die courage weil es jetzt an der zeit ist wirklich mutig eure ziele zu verfolgen an euch zu glauben an eure eigene kraft zu glauben vielleicht auch wirklich eure eigene kraft zu entdecken und damit wirklich zukunftspläne zu schmieden irgendwie den startschuss für ein neues fundament setzen vielleicht auch wirklich in beruflicher sicht aber wir hatten ja gerade diese karte dreams und wenn du wenn du weißt wo du hin willst wenn du wenn du dir deine zukunft also ausmalst ich glaube dass du jetzt auch wirklich den mut und die ruhe gefunden hast oder das selbstvertrauen hier wirklich deine träume auch zu verwirklichen aber der turm hier nochmal meine lieben ich will gerne ich würde gerne wissen okay meine lieben es geht offensichtlich für euch in eine neue richtung raus aus dieser energie rein in eurem herzen folgen können aber also fragen wir nach liebes universum was passiert hier mit dem turm was passiert hier mit der jahr juhu das alte möchte gehen königin der schwerter clarity of belief die ziele werden klarer der der weg wird klarer die richtung wird klarer ähm das ist dieser turm ist ein befreiungsschlag wirklich raus aus aus diesem eigenen gefängnis oder raus aus diesem gefängnis ich muss sagen den dritter der stäbe die nämlich gerade ähm als eine sehr positive energie war als dieses ich komme in die lebensfreude gerade hier mit diesem mut ich traue mir was zu ich denke nicht so viel nach ich denke nicht irgendwas zu tode ich folge meinen impulsen weil ich gelernt habe dass meine intuition mein allerbester leitfaden ist also habe ich gelernt darauf zu vertrauen und jetzt gehe ich nach vorne ich weite nach vorne durch ich lasse mich nicht mehr klein machen ich lasse mich nicht unterkriegen ich denke nicht alle worst case szenarien durch sondern ich mache weil ich es kann weil mir weil ich meine kraft gefunden habe und ich glaube wirklich dass die ziele hier klarer werden ja wow wo will ich hin was ist mein neuanfang wo was ist der erste stein ich wirklich der page der münzen hier setzt den ersten stein für diesen neuen weg und wo muss ich raus meine leben was was tut mir nicht mehr gut welche welche mit welchen energien möchte ich mich nicht mehr beschäftigen was welcher zyklus hat für mich endgültig ausgegeben der nah und die welt ass der münzen und hier meine lieben ist die mutige mutige königin der münzen hier mit dieser mut karte die ganz optimistisch stein für stein setzt meine lieben wir haben hier das ass der münzen und den page der münzen wirklich das ist ihr schafft hier ein neues fundament in euch selbst neu ich habe irgendwie dieses gefühl so ein neues level an selbstbewusstsein in euch selbst und deswegen habt ihr glaube ich auch wirklich eine eine reelle chance also eine in der realen welt hier mit dem page der münzen und dem ass der münzen wirklich eure ziele auch zu verwirklichen dahin zu kommen wo ihr hin möchtet ob das beziehung ist ob das ein job ist ob egal was du dir als ziel setzt es passiert hier irgendetwas was dir ganz klar sagt was du jetzt tun musst und ich glaube du traust dir du 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 vertraust dir das zu tun ich habe irgendwie das gefühl du hast wirklich was neues über dich gelernt und irgendwie hast du so hast du so mut du hast du hast mut oder vielleicht hast du auch wirklich bock auf veränderung mit zweimal dem turn aber irgendwie du machst das jetzt ne du ziehst das jetzt durch du alles was vielleicht auch vor dir so oder vorher so in dir stattgefunden hat das alles geht jetzt irgendwie vor allem hier mit der gerechtigkeit gerechtigkeit ist für mich immer quasi die offizielle welt die die balance auf der 3d ebene was immer du gerade für pläne schmiedest ich glaube dass du es tun ich glaube dass du deine träumen folgen wirst ich glaube dass du Fundamente setzen wirst dass du was schaffen wirst dass du ganz klar erkennen wirst wie es für dich weiter geht meine lieben wow das ist ein schönes reading das ist eine sehr schöne energie denn dieser zustand zehn stäbe acht schwerter dieses gefangen sein gefangen fühlen altlasten mit sich herumschleppen klein sein schwer sein antriebslos sein dieses diese feststeck energie aus der brecht ihr aus wie der ritter der stäbe und das ist schön meine lieben ich freue mich sehr für euch gut ich lasse das hier so stehen unten in der infobox findet ihr den link zum weiterführen reading oder den link zu patreon wo ihr diese videos auch findet für diejenigen die sich das zusatzvideo nicht anschauen ich hoffe trotzdem dass ihr in dieser legung wichtige impulse erhalten werdet ich steige jetzt noch ein bisschen tiefer in diese legung ein und vielleicht hören wir uns gleich ansonsten bis bald ciao tschau tschau tschau